Hallo, ich bin David und willkommen zu einem neuen Video von Bußgeldkatalog.org. Heute dreht sich alles um Dauerlichtzeichen auf der Autobahn. Ein rotes Kreuz über der einen Fahrbahn und ein grüner Pfeil über einer anderen? Was bedeutet das eigentlich? Bei diesen leuchtenden Anzeigen handelt es sich um Dauerlichtzeichen. Sie sind über den Fahrspuren mehrspuriger Straßen wie Autobahnen oder auch an Tunneln angebracht. Durch sie wisst ihr, ob ihr einen Fahrstreifen benutzen dürft oder ob dieser gesperrt ist. Wie der Name schon sagt, leuchten sie dauerhaft. Sie blinken also nicht und zeigen so lange das entsprechende Zeichen, bis das nicht mehr notwendig ist. Insgesamt gibt es drei verschiedene Anzeigen. Welche Vorschriften dann bei diesen gelten, ist in § 37 der Straßenverkehrsordnung geregelt. Seht ihr über einer Fahrspur diese roten gekreuzten Querbalken, dürft ihr diese Spur nicht benutzen. Diese Fahrspur ist für den Verkehr aus eurer Fahrtrichtung gesperrt. Fahrt ihr dennoch auf diese Spur, riskiert ihr unter anderem zum Geisterfahrer zu werden, wenn die Spur für den Gegenverkehr freigegeben ist. Oder ihr gefährdet eventuell Bauarbeiter, die dort unterwegs sind. Steht die Sperrung einer Fahrspur oder eine Anhängung bevor, seht ihr oft vorab einen gelben Pfeil. Der kann nach unten rechts oder nach unten links gerichtet sein. Er zeigt euch an, in welcher Richtung ihr die Fahrspur wechseln müsst. Wird über eurer Fahrspur der nach unten gerichtete grüne Pfeil angezeigt, habt ihr freie Fahrt. Diese Fahrspur ist dann für den Verkehr freigegeben. Und warum gibt es diese Dauerlichtzeichen meist auf der Autobahn? Auf Autobahnen oder größeren mehrspurigen Straßen ist es eher möglich, den Verkehrsfluss über die einzelnen Fahrspuren zu lenken. Einige Anzeigen können auch andere Verkehrszeichen und Tempolimits zeigen. Wird zum Beispiel im Berufsverkehr bei Baustellen oder bei Unfällen eine zusätzliche Fahrspur für eine Richtung benötigt, lässt sich eine Sperrung über die Dauerlichtzeichen recht einfach und schnell umsetzen. Ist eine Straße übrigens mit Dauerlichtzeichen ausgestattet, besteht auf den Fahrstreifen ein generelles Halteverbot. Ihr dürft also weder anhalten noch parken. Missachtet ihr die Anzeigen der Dauerlichtzeichen wird das vergleichsweise teuer. Befahrt ihr eine Spur, die durch die roten Querbalken gesperrt ist, kostet euch das 90 Euro und es wird ein Punkt in Flensburg eingetragen. Gefährdet ihr andere durch euer Verhalten, steigt das Bußgeld auf 200 Euro. Zum Punkt kommt dann noch ein Monat Fahrverbot hinzu. Gleiches gilt, wenn ihr einen Unfall verursacht. Zudem werden dann 240 Euro fällig. Habt ihr Fragen zu den Dauerlichtzeichen? Dann lasst es uns in den Kommentaren wissen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, vergesst nicht einen Like da zu lassen und unseren Kanal zu abonnieren. Bis zur nächsten Folge von Bußgeldkatalog.org